Eigentlich wollte ich immer Rockmusiker werden. Irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Jetzt habe ich mir 2016 meinen großen Traum erfüllt. Mit meiner eigenen Show auf Tour zu gehen. Mit Tourbus, mit Crew, mit allem, was das Tourleben ausmacht. Und ich habe gekocht. In einer brandheißen Show mit einem Wahnsinnsbühnenprogramm haben wir die Leute zum Kochen gebracht. Jetzt geht es weiter. Mehr Technik, mehr Licht, mehr Ton. Größere Küche, größere Hallen und noch mehr Spaß. Ich freue mich auf euch.